Willkommen zurück zu Kessel Crush. Willkommen zu Kessel Crush bei eurem Rotstumpf. Wir setzen... Ja, wir müssen eigentlich das Schild ansetzen. Oh, wenn ich das ganz ansetzen möchte. Also, wir kriegen jetzt eine weitere Karte. Das ist der Orca-Krieger, den... Soll ich den nutzen? Es ist eigentlich fast Pflicht, weil, ja, Sonado wäre ja saugeil gewesen. Kriege ich leider nicht. Vielleicht kriege ich das Inferno. Damit könnte ich den Befreiungsschlag erzwingen. Jawoll, alles ist weg. Alles ist weg. Na gut, dann... Soll unser Gegner sicher mal entscheiden, für welche Reihe... Wird er sich entscheiden für die und... Für zwei Reihen, okay. Für die zwei Reihen entscheidet... ...sich... ...jeder mein Gegner. Jetzt kommt er von oben. Na, das gibt's wohl noch geregelt. Ja. Ich frage es nur, wie steht... Das war gar nicht platziert von mir. Ja. Aber geht noch voll in Ordnung? Oder auch nicht? Da, komm mal her. Komm. Jawoll. Schon jetzt, komm. Na klar, übertreib. Warte, wie los sind jetzt alle hier rüber? Die sollen das mal machen. Da setzen wir... Hier unser Inferno. Was ist das für ein Game? Es leckt richtig. Hallo? Es leckt. Wir machen noch einen Kampf. Ähm, ja, ich weiß grad gar nicht, was das... ...war... ...den Kampf... ...den... Kann man mal eine Kommentare schreiben, was das grad für ein Kampf war? Ich kann es nicht. Komm. Jawoll. Den nimmst du. Das ist gut. So wollte ich das sehen. Ähm, Inferno vielleicht? Maybe? Ja. 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 Komm. Jawoll. Den nimmst du. Das ist gut. So wollte ich das sehen. Ähm, Inferno vielleicht? Maybe? Ja. Ja. Versuchen wir's mal. Und den Tornado auf jeden Fall. Müssen wir fast setzen, den Magier. Komm. 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 Was schaffst du? Ich hätte es gerne in Inferno, aber vielleicht... ...wahrscheinlich leider nicht kriegen. Wir können's ja mal so versuchen. Hm. Aber es sollte ein klarer Sieg für uns sein. Kannst du mal verteidigen, Gegner? Kannst du mal verteidigen? Hallo? Anstatt dass er verteidigt, konzentriert er sich auf seinen Push. Nimm ne magische Kiste. Oh nein. Und dann macht die Robbe. Robbe. Macht die Robbe. Ja. Ja. Was bringt uns diese Sparschuhe eigentlich? Ich würde gerne noch für eine mythische Kiste sparen. falls euch das recht ist wir können die hier in der nächsten Folge öffnen würde ich mal sagen kommt gerne in meinen Clan und dann würde ich sagen tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Castle Crush, euer Rotschlumpf falls du noch nicht abonniert hast, dann drück gerne mal auf abonnieren und wenn du eine Benachrichtigung bekommen willst drück die Glocke und wenn du für jedes Video eine Benachrichtigung bekommen willst dann drück neben der Glocke noch auf alle aktivieren oder wie das heißt und dann tschüss